Hallo und herzlich willkommen bei Gameron. Ich bin Drax und wir sind in Arkham City. Wir waren bei einer Nebenmission stecken geblieben. Wir rufen uns das gerade nochmal in Erinnerung. Ja, die Hauptmissionziele interessieren jetzt nicht. Wir müssen, glaube ich, so war es, die Ärzte in der Kapelle retten. Oh nein, wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen. Dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sessen. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und? Sollen wir beginnen? Holy shit, dabei kann ich... Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Ich glaube, bei der Nummer kann ich mich nur blamieren. So, ich bin ein Instrument, dessen Musik durch ein pumpendes Herz entsteht. Da wir hier in der Kirche sind, kommt mir es doch gleich logisch vor, dass es die Orgel ist. Sehr gut. Siehst du, du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er bereits verurteilt worden. Alles klar, wir haben hier einen Nebenstrang freigeschaltet. Okay, wir wollen uns mal den ersten Teil anschauen, natürlich. Ich werde nicht zu selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen. In ganz Arkham City sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Na klasse. Oh gut, eigentlich, der Part fängt gleich mit Action an. Dann wollen wir mal schauen, was uns da jetzt für ein Empfangskomitee erwartet. Ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn. Kein Problem. Okay. Na, das wird ja jetzt lustig. Obwohl. Es geht ja nur darum, die gerade ein bisschen alle zu machen. Wobei ein bisschen alle machen ganz gut ist. Die haben mich hier fast gelegt. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag dir alles, was du wissen willst. War mir ein Vergnügen. Und Gold? Er hat ja gar nichts gesagt. Wir suchen nach dem Schneemann. So, wo geht's jetzt hin? Unser Hauptmissionsziel ist Mr. Freeze. Wir legen aber das hier gerade fest. Ich habe nichts damit zu tun! Dann wollen wir mal gucken, dass wir in diesen Gerichtssaal kommen. Dass wir das geschafft haben. Mahnlich dachte, wir seien erledigt. Was zum Teufel ist da vorhin passiert? Das, wo wir die Nummer hier freigeschaltet haben, sehen wir auch dann wieder die richtigen Röckler-Rätsel, die ich eigentlich schon erwartet habe. So, in welche Richtung schauen wir? Das ist nicht die Richtung, die wir schauen müssen. Dann lasst uns anfangen. Sofort, vorher sollten wir aber nach... So, nein, das auch nicht. So, das passt auch. Glaubst du, es gibt noch mehr Bomben? Wer weiß. Scheiß drauf, lasst uns einfach hier bleiben und abwarten, was passiert. Okay. Das war wieder nur ein Hinweis. Der Richter ist wahrscheinlich rechts von uns. Jawohl. Achso, okay. Aua. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, der nächste Treffer ist unser Exitus. Ah, hier ist wieder dieser dämliche Informant. Oh no, oh no. Nicht gut. Ja. Das war mir schon fast klar gewesen, dass uns der jetzt legt. Oh, Bats. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. Ja, vielen Dank, lieber Joker. Hm, peinlich, peinlich. Ihr habt nichts gesehen. Dass dieser blöde Sack da auch immer reinfuschen muss, den darf man dann nicht umhauen. Obwohl, wir dürfen ihn nicht ausknocken. Wahrscheinlich ist von ein paar Mal so ein bisschen leicht das Kinn streicheln. Ist da nichts gesagt. So. Okay, wir legen wieder das als Hauptmissionsziel fest. Und fliegen rüber. Groß, irgendwie krass und... Na, na. Ich krieg eine verdammt große Metallröstung. Klingt das vertraut? Ich weiß nicht, du musst mir drauf. Jetzt interessiert der Blödsinn auch nicht. Was ist los? Seid ihr euch noch nicht sicher, ob ihr uns erzählen wollt, wo er in euer potthässlicher Boss abgehauen ist? Angeblich musste Batman nur Boo sagen, damit er sich in die Hose macht. Höh, witzig. Das wird euch auf die Fledermautet hier. So. Mal sehen, dass sie gerade im Schnellschritt. Ach, verdammt. Wo ist denn jetzt dieser Rittler-Informant? Ja, alles klar. Junge! So, jetzt ganz schnell. Du hörst auf damit. Ach, okay, da ist noch einer. So. Ich tue nur das, was ihr befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Für den Stufenanstieg. So. Und stecken wir das erstmal in den Kampfpanzer. Wir wollen ja, dass wir aus unseren Fehlern lernen können. Es muss einen Weg rausgeben. So wie so. So, dann gucken wir mal in den Gerichtssaal rein. Lassen wieder Hirnzellen qualmen, hoffentlich. Peng, peng. Ruhe im Gerichtssaal. Okay, ich finde unbewaffnete kein Problem. Wo hast du Two-Face gesprochen? Wo ist er? Das ist jetzt nicht wichtig. Ihr müsst nur wissen, dass wir diesen Trottel im Auge behalten sollen. Was hat er getan? Keine Ahnung. Der Boss weiß. Die Fledermaus. Ja, Jungs. Das ist es so. Versteck dich ruhig da oben. Autsch. Autsch. Und einer muss jetzt mal schnell liegen. Und dann den nächsten legen. Ah, oder auch nicht. Du solltest vielleicht weglaufen, Bats. Ach, Kumpel. Riddler. Rede. Oh Mist. Okay, okay. Ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Ah, I understand. Batman, bitte. Ich wollte es nicht. Er hat mich gezwungen. Er hatte meinen Freund. Er hat ihm ein Messer ins Bein gerammt. Es ist meine Schuld. Aber er wollte ihn töten. Riddler hat das getan? Er ist verrückt. Er hat mich gezwungen, sie aus der Kirche zu schaffen. Er sagte, sie würden sonst alle sterben. Ich hatte Angst. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. 2, 7, 5. 2, 7, 5, 3, 2, 5. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. 2, 7, 5, 3, 2, 5. Dann wollen wir mal suchen. 2, 7, 5 haben wir hier. 3, 2, 5. Moment. Also 2, 7, 5 haben wir noch nicht hier. Aber 3, 2, 5 haben wir ungefähr. Oh Gott. So, und jetzt noch ganz schnell. Äh, ja. Was nicht? Vielleicht auch umgedreht. 2, 7, 5. Na. Äh, ein bisschen schwierig. 2, 7, 5. Endlich! Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen. Da sind sie sicherer. Okay, wir haben einen Scanner bekommen. Und der tut jetzt was. Setze die Enigma-Maschine ein, um das Rätsel zu lösen und die nächste Geisel zu befreuen. Löse dich das Ding mal an. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was bin ich? Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was haben wir denn da? Jetzt muss ich mir ein bisschen den Kopf dringen. Geheim-Unsicht-Funk-Unsicherheit-Funktion-Geheimnis. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. So. Na, komm her. Ja, so ungefähr muss das stimmen. Toll, Dark Knight. Du hast es geschafft. Wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht, ich sollte dieses Wunder honorieren, indem ich dir den Aufenthaltsort von einer Person aus dem Ärztestab verrate, die verzweifelt um Hilfe schreit. Okay. Die Geisel wollen wir uns noch holen. Riddler treibt in Arkham City sein Unwesen. Er hat die Wachen aus der Kirche als Geiseln genommen. Soweit ich mich entsinnen kann, saß er, seitdem sie die Polizei von Arkham Island aus zu ihm geführt haben, in Haft. Was will er? Rache. Er übermittelt mir Frequenzen und gab mir ein kleines Gerät, mit dem ich seine Rätsel dekodieren kann. Sie führen zu bestimmten Punkten auf der Karte von Arkham City. Ich lass dich wissen, wie ich vorankomme. Okay, die Geisel wollen wir uns jetzt noch holen und dann werden wir uns wieder unserer Hauptmission zuwenden. Nämlich Mr. Freeze aus den Klauen des Pinguins befreien, wenn ich mich recht erinnere. Das ist doch schon was länger her. Okay. Ähm. So, das hat er zwar eben festgelegt, machen wir das aber nochmal. Achso, okay. Schlagte der Plan, schlage vor, wir gehen da runter und erledigen die Penner. Dann wird sich keiner mehr in die Nähe des Gerichtshals brauchen. Nicht so schnell, Mann. Wir wissen noch gar nicht, wie viele von denen da sind. Mir egal, ich hab keine Angst. Es ist die blöde Federmaus. Na, klasse, ich freu mich. Ich muss schnell weg hier. Wups, das ging jetzt schnell. Wo sind wir? Wir sind fast da. Sauber. Er hatte diesen Chemie-Scheiß. Er hat das Zeug ein paar von seinen Jungs gespritzt. Sie sind alle zu Monstern geworden. Er hat es sogar selbst benutzt. Ernsthaft? Wieso hast du nichts mitgeschickt? Das war in den Nachrichtenstand in der Zeitung. Meine Mutter hat mir einen Link geschickt. Wieso weißt du nichts? So. Wollen wir die erstmal gerade aus den Leitschen hauen. Oh, wunderbar. Die Kombo war sogar mal halbwegs ordentlich gewesen. So, jetzt aber. Ah, den brauch ich auch nicht mehr auszumacken. Super. Holy shit. Das heißt doch jetzt nicht etwa, dass die aus dem Helikopter, also die Leute von Hugo Strange auch noch da mitmengen. Das würde ich doch relativ uncool finden. Batman gewinnt. Natürlich, Batman gewinnt immer. So. Wollen wir mal nach der Geisel scannen. Oder hat er uns verarscht? Das muss ja hier irgendwo rumtäumen. Okay. Ja, das soll wohl die Geisel sein, so wie ich das verstehe. Gerade. Ein bisschen seltsam. So, folgen wir gerade nochmal dieser Antenne. Nee, da können wir nix machen. Das ist, denke ich mal, auch nicht das Rätsel zu lösen. Gehen wir nochmal runter. So. Ja. An das Ding müssen wir ran. So, und dann verfolgen wir das die Leitung jetzt mal richtig. Das interessiert mich doch enorm. Wie das Ganze funktioniert mit diesen komischen Ich nenne die Dinger gerne mal Bärenfallen. Ja, kein Objekt geortet. Red Clown nützt uns hier nix. War das Sequencer? Nope. Ich mach der Account an hier gerade ein bisschen nervös. Ich glaube schon fast, dass ich die Nummer hier gerade versaut hab. Ah, cool. So funktioniert das also. Alles klar. Ich hab den nochmal nicht versaut. Ich war jetzt nur zu langsam. So, wie machen wir das jetzt am besten? Batarang da drauf und ab dafür. Ja, gut. Definitiv wieder zu langsam. Nächster Versuch. Das kann man jetzt so lange bis es funktioniert. So, runter da. Alte Reflexe, okay. Ich dachte jetzt, okay, das musst du bald rüber laufen, naja. Für die Füße. Ja, ne, okay, kann ich vergessen. Also, bis hier... arg. Kompliziert, wenn ich jetzt hier in Druck gerate. Oh, dude. Jetzt haben wir's. Ja, das war aber jetzt auch nicht Sinn der Sache. Wir haben zwar die Trophäe bekommen und haben's jetzt auch rausbekommen, wie man das mit den Trophäen macht. Aber die Geisel hab ich nicht geholt. Wo bist'n du da vorne? Okay. Du bist'n du, der mal umhauen kann. Naja, gut, egal. Das werden wir dann nochmal auf später verschieben. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also durch diese Riddler-Rätsel bekommen wir hier auch Standort angezeigt, was relativ praktisch ist. So. Was relativ praktisch ist und, ähm, ja, in Arkham Asylum war das ja auch wieder anders gelöst. Nicht gescheiße. Nö, 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 nö. Schauen wir mal, wo sind wir. Wir haben noch ein gutes Stück zum Fliegen. Anscheinverschaff' Pinguin' die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingehren. Möglich. Pinguin ist wohl eher ein Freigeschon. Batman, er ist hier! Wie die gleichen Positionen gehen, die Kerle. Protokoll 10 tritt in sieben Stunden in Kraft. Okay. Ich hoffe nicht, dass das jetzt Echtzeit ist. Hier drüben kämpft jemand! Jo. Sieht wohl so aus. Was? Was war das? Okay, das sind wieder diese Teile. Glaubst du? Klar, wir haben Waffen vom Militär. Wir haben... Okay. Das ist nun die Museum direkt vor uns. Da werden es aus drei auf einmal gleich wieder fünf. Oder sogar noch mehr. Krass. So, darf ich dich gerade ausschalten, bevor ich auf die Schnauze bekomme? Autsch. Komm, die zwei kriegen wir jetzt auch noch hin. Nice, ich liebe diese Animation. So, und nicht rein da. Ha, 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 ha. Gerät hacken. Jawohl. Ah, jetzt habe ich auch diesen Schlüsseler auch soweit verstanden. Sauber. Genau, lass mich rein. Mal gucken, ob wir noch eine Katze hinkriegen. Das ist Pinguin-Gebiet, du Mist geworden. Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Jo, das werden wir aber auf den nächsten Part verschieben, dass du mich in Stücke schneidest. Ich werde jetzt hier gleich weiter aufnehmen, aber euch trotzdem an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.